Das krasseste Dönerfleisch Deutschlands. Gibt es bei Eddünjesi, denn hier stammt der Spieß aus eigener Herstellung und Schlachtung. Außer Kalbfleisch sind hier noch 20% Lamm mit drin. Und ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich auf diesen ersten Bissen gefreut hab. Und auch abgesehen davon ist dieser Döner sehr Oldschool-Style wie in der Türkei. Das Fleisch wird vorher abgewogen, die Gemüsetheke ist auf das Mindeste beschränkt und auch das Brot ist nicht das typische, wie man es in Deutschland kennt. Für mich der beste Döner bundesweit.